Ich bin hier im Dienerkreis und ich habe mich von Wöhlenrecht. Ich muss 420 Jahre fahren. Das ist ja lustig. Ich bin interessanter. Nöcher an der Basis. Spannender, oder? Und das hier, dass ihr das so toriert, dass es so ein Zürcherzvignal ist. Danke! Reformator! Das hätte es bei uns natürlich nicht gegeben. Es heisst immer, wer sagt, es muss eine Kapuze sein. Er muss vielleicht 520 sein, das andere Mal sein. Jetzt weiss ich, warum ich gestern ausgeladen wurde. Ich bin noch nicht 50. Ich bin noch nicht 50. Nein, ich habe noch nicht so Dreck gehabt. Und der Särin hat mir noch gesagt, nach dem 1. Ich habe ja auch in die Sonne zu kommen. Ich will das leben, oder? Die vereisen dich nach dem... Nach dem Brief, oder? Ich habe auch 40 vom 2. Ich bin noch ein bisschen motiviert. Ich kann mich erinnern, in den Jungsfragen, wo er mich gesagt hat, nach drei Minuten wird es an mich gerufen. Jetzt hören Sie auf zur Löffmacht ganz so böse. Wo er mich gesagt hat, wenn er in die Bank, die Strasse mache ich in den Jungs spülen, dann können wir in den Jungs spüren. Ich habe mich rundum gebeten, als die Elektrik zu Hause gefahren. Immer unter. Ich habe, gestern natürlich, es war schon immer mal, ich meine, die Wicke ist sehr besonders als schön zu tun. Aber jetzt war es da, ich bin also stolz, ich möchte viel anbieten. Es ist da dabei, dass ich zu tun habe und ich bin ein richtig Glück, vor allem. Wir haben gute Produktion gehabt, wir haben gute Produktion gehabt. Einfach alles gut zu tun. Aber, man sieht auch, wenn man eine Fraktion bildet, als Gegending für dich. Wenn man möchte, dann ist die in der Tosse, gell? Ein paar Zürcher einladen. Der Graf kommt von Züringen. Ja, ich habe ein Saalfreut, hier bin ich. Ich stelle euch noch auf der Perse vorlesen, von gestern, aber nur ganz so. Ja, wir haben noch ein bisschen so, der Vögel. Unser Theater unter uns, das ist das allerletzte heute. Es ist wenigstens der einzige Zünderpfuhl, der Petroschner ist noch schwul, der John Chabon hat cooles Hügel, und meistens zeigen sie die guten Flügelchen. Mit einem unerschönen Vorderhändler, und es macht zwei Vogelsampler. Der Menta bringt das Vogelsampler. Da ist wahrscheinlich noch, da muss ich noch geschütteln. Bravo! Hallo! 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 woher ist das noch nicht neu? Zu Hause erzählt der Ort das ist klar, zu sehr, weil wir uns wahren, da haben wir heute die Töne von Geschäft und Banken, als können wir im Mittag verdanken. Jetzt hat er die Damen, jetzt macht ein verkaltes Heim beklammer. Was eben nicht so spürt, ich bin eben da in der Mitte. Wenn es dort zusammen ohne French-Kachkenntnis gibt, willst du essen, dann kannst du den Glatten essen. Wenn jeder Meuchlob kalt, dann muss das dann servieren jedes Mal. Und von dem Restaurant spiessen, englisch, japanisch. Die nächste Anpreise. Pizza, pasta. Ich bin in Tauben gesucht. Und da musste ich kommen, wo ich nie. Wunderlich, Radle, Hoppe, in Tauben. Kein Mensch kann man sagen. Niemand kann man von dem Restaurant kommen. Von dem Restaurant kaum nichts sagen. Ja, weisst du auch nicht. Ja, ich kann nicht. Ja, bravo. Willst du es jetzt schon wieder mit der Englischsprache in der Restaurant? Ja, das ist in unserer Bände geworden. Ja, ja, genau. Das Lichttauer da, Mensch. Weg, sechs. Also, wir müssen ab, die Schambriere, das Lichttauer. Eigentlich fühle ich mich jetzt, und das ist ein guter Mensch. Ja, das ist ein guter Mensch. Das ist ein guter Mensch. Das ist ein guter Mensch. Das ist das erste, was ich uns erlebe. Danke vielmals. Danke vielmals.